Habt ihr das gerade gesehen? Bin schon richtig schön geflogen. So, jetzt die Frage, was passiert, wenn ich da runtergehe? Probieren wir es dann einfach mal aus. Oder hier rüber. Zack. Und runter hier. Na, komm her, spring. Danke. Naja, wir müssen ja alles hier mitnehmen. Da ist noch mal ein Schrein versteckter. Tja, das war es dann auch schon wieder. Zack. Ach, verdammt. So, wirklich, jetzt helfe ich dem aber jetzt. Und hoch hier. So, von hier aus müsste es ja wohl hinhauen. Ich helfe dir, Kamerad. Oder so. Momentchen. So. Okay. Und hoch geht's. Einer hat mir, glaube ich, gerade jemand geschrieben. Immer wenn es am wichtigsten ist, wenn ich gerade am Aufnehmen bin, ist es ja immer so halt. Okay, weiter, weiter. Komm, komm, Lerba. Schnell, schnell. Es windet. Scheiße. Bevor das Seil reißt. Schnell. Habe ich mir fast gedacht. Ich habe schon, ich dachte mir schon, warum ist denn da jetzt so das Zeug da zum Festnageln? Okay. Du hast es geschafft, Lerba. Sehr gut. Ähm. Wo ist der hin? Ist hier noch was? Dann gehen wir mal weiter. Käpt'n, wo bist du? Bestimmt haben sie dich wieder gefangen genommen. Noch ein Schrein. So, anzünden. Die kann man jetzt nicht anzünden. Nee. Okay, weiter geht's. So, wir müssen auch vorsichtig sein. So, rein hier. Ein weiterer Fähigkeitspunkt. Überleben Upgrades. Halten sie in die Augen auf, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquelle aufzuspüren. Samt zuerst eine Belohnung, blündern, bla bla bla. Blünden sie Tige? Äh, auch Mist. So, was haben wir noch hier? Hier können wir noch nichts nehmen. Dann halt bei Munition machen wir das halt. Werfen sie Feinde im Stein das. Drücken sie B zum Ausweichen Y, um Feinde Dreck in die Augen zu werfen. Okay. Das probieren wir nachher mal aus. Okay. Fackel an und... Von wo komme ich denn jetzt? Von dort. Okay. Ach du Kacke. So, noch mal was. Sehr gut, sehr gut. Oh, noch mehr. Jetzt wollen sie es aber wissen, ne? Ähm. Irgendwie ist doch hier das auch nicht so koscher. Ach. Scheiße. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall, muss ich mal so sagen. richtig geil gemacht. Auf jeden Fall ein richtig großes Lob an die Entwickler. Das Spiel macht einfach Spaß. Ich empfehle es wirklich jedem. Das ist einfach ein Tomboyer, das habt ihr... Das habt ihr so noch nie mitbekommen. Kein Tomboyer ist besser. Gut, man kann es noch nicht mit den Klassikern natürlich äh, vergleichen. Das ist klar. Das kann man nicht. Aber, für das, ja... Für ein Remake ist es mehr als nur gelungen. Okay, weiter. So. Oh je. Scheiße. Das ist doch bestimmt eine Falle. Das ist doch bestimmt eine Falle. Ach du Scheiße. Ich hab's gedacht. Ich hab's mir doch echt gedacht. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie. Nein, nicht töten. Das sitzen die Oni-Wächter. Schimatsuri Oh mein Gott, Leute. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Scheißen, Dreck. Oh. Uah. Iiii. Scheiße. Der Oa, mach dich frei. Schaukeln. Erreißt's vielleicht. Hopp. Jetzt. Reiß. Au. Das hat weh gemacht. Verdammte Kacke hat das weh gemacht. Oh, da tut mir grads Kreuz weh. Die Kopfhörer irgendwie, die gehen wir voll auf den Sack irgendwie auf den Ohren. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Achtung. Scheiße. Moment. Oh, die ist schon... Oh, oh. Oh, oh. Renn, schneller. Ich glaub, der hat Hunger. Rein. Oh, ein Moment. Ein Moment, ganz schnell. Ein Moment. Irgendwas läuft. Ist doch hier falsch. Entweder ich hab irgendwie deformierte Ohren. Ich glaub, ich hab deformierte Ohren. Die sollten einfach besser sitzen. Tun sie aber nicht. Was ist los mit dir? Du blöder Kopfhörer, du. Ich hasse es. Wenn Kopfhörer nicht richtig sitzen, ist das total unangenehm. So. So. So, jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt muss es halt einfach so gehen. So, weiter geht's. Entschuldigung. Was? Macht mich fertig. Leck, was ist denn das? Hagrid? Nee. Eine riesen Bestie. Ich hab irgendwie das Gefühl, das Ding müssen wir irgendwann mal zerlegen. Auseinandernehmen. Schlachten. Uah. Alles. Uah. Uah. Ich hab grad kotzen. So, wo sind wir jetzt? Hier gelandet? Anscheinend sind wir jetzt in der Wüste. Ich hab jetzt momentan... Ah, ich hab noch alles. Ha, seltsam. Oha. Was ist das? Ich hab... Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. So langsam wird's echt gruselig. Alles Tote. Alles Tote. Leichen. Knochen. Skelette. Schädelknochen. Lanzen. Schilde. Oh. Nimm es. Eine Schrotflinte ist... Hoffentlich funktioniert das Ding. Immer geil. Ach du geile Scheiße. Boah. Okay. Dann guck, dass du dich schneller mal bewegst hier. ああ. Wo ist das? Ich bin ja. Ja. Ich bin ja.